Musik Hey Leute, ich bin's wieder zurück, euer Tobi Und wir spielen mal eine kleine Runde Pac-Man, hatte ich mir überlegt Ja, gerade ist ja auch die Livestream-Nacht von Xander Und dann hatte ich gedacht Ja, da gerade genug Leute auf dem Server sind Können wir ja auch mal Zusammen Äh, ja Zocken, sag ich mal so Okay, dann lass mal überlegen Worin geh ich denn mal? Das war Pac-Man, ich glaub das war hier Ja, ja, Play Pac-Man Ganz kurz, wer Xander sehen will Hier, Sky, Moment Vielleicht sieht man Xander noch Kann man mal ganz kurz angucken Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen Ja, da läuft sie eben, glaub ich, da Ihr sagt, guck, seht da, da, seht da Da ist Xander, wunderschön Hallo Xander, zack, zack Okay, ähm Okay Dann Nehm ich mal Nehm ich mal das da Okay Dann warten wir ganz kurz Ganz kurz Warten Keine Ahnung, ist schon jemand Ja, ähm Wer gerne mal Auch, äh, hier auf diesem Server spielen möchte Dem packe ich dann unten Die Adresse in die Beschreibung Und der kann ja dann hier auch mal Joinen So, jetzt warten wir mal ganz kurz Hier, äh, Rosie04 oder Rossi, Rossi04, hallo Ähm, was haben wir denn da Teddy the Teddy Und CD DJ Ja, okay Ach so, die Pac-Man-Runde läuft, glaub ich, gerade Die läuft, glaub ich, gerade schon eine Minute Ja, dann Könnten wir vielleicht Entweder warten wir jetzt Oder Wir Ähm Gehen dann hier mal raus Das ist jetzt noch ungefähr eine Minute Ich würde sagen Die Minute warten wir noch Können wir hier noch im Kreis hüpfen Mit dem Rossi04 oder Rossi, Rossi, Rosi, wie auch immer Ähm, 04 Ich hoffe, er wird dieses Video niemals sehen Und sich dann Darüber beschweren, dass ich seinen Namen falsch geschrieben habe Ja Zwei Minuten, warum zwei Minuten Warum muss ich denn draufdrücken Ich klicke jetzt einfach mal alle Schilder an Aber da passiert wohl nichts Schade Sie können hier nicht Ich mach mir ganz kurz mein Licht an Da geht mir ja glatt ein Licht auf So Das ist an Weil ich mag es hier nicht so im Dunkeln zu sitzen So, jetzt sind es schon ein paar mehr Das ist der Loopy 1, 2, 3, 3, 2, 1 Und Hier war da noch einer Genau Und Gewaldro Ja, hallo Schönen guten Tag Gewaldro Sagen wir mal so Ah, hallo Dann noch Äh Taylor 6, 8, 6 Und Ja Warten wir mal Oh, Leute Auf dem Funville Server Gibt es ja jetzt auch so dieses neue Ich weiß gerade gar nicht wie es heißt Das ist mir komplett entfallen gerade Gibt es ja auch dieses neue Spiel Ähm Wo man halt alle diese 5 glaube ich sind da diese 5 Gegenstände finden muss Und Ja Kann man halt auch mal reingucken Nur halt für die nächsten Wochen wird das Ähm Ähm Nur für Äh Äh VIPs und YouTuber Zugänglich sein Also die wirklich bei Ähm Die bei Funville Ein Äh Als YouTuber Eingetragen sind So Jetzt sind Die Schilder weg Die Schilder Nein Die Schilder sind noch da Hatte mich gerade gewundert Klick So Okay Also ihr seht Wir sind einer dieser Geister Oder wie auch immer die heißen Bei Pac-Man Ihr kennt die ja Diese Bösen Von denen man abhauen muss Wer nicht weiß Was Pac-Man ist Der sollte sich schämen Aber Naja Okay Wir haben Lederstiefel Und die Zeit Hat schon angefangen Der Timer läuft schon Und Auf geht's So wir suchen jetzt Den Pac-Man Da hinten ist der Pac-Man Und alle gehen direkt Auf ihn drauf Und er ist tot Da ist er So den schnapp ich mir Und da ist er Zerplatzt Wie eine Eine Seifenblase An einem Dorn Das ist ein schlechter Vergleich Aber Eine Seifenblase An einem Dorn Auf jeden Fall So muss es sein So ich glaube Dahinten ist der Pac-Man Genau dahinten ist der Pac-Man Aber Ich schätze mal Dass wir ihn hier So ungefähr abfangen können Und gleich ist er down Das sieht doch nach einem Wunderschönen Fluchtbettel ab Und er ist down So wie es in den Geschichtsbüchern steht Da ist er Den holen wir uns Der läuft ja hier Gerade wunderschön rein Und Da er für uns weg sprintet Sprinten wir mal direkt hinterher Und wir erreichen ihn noch nicht ganz Mein Gott Leute So ist er mal ran sprinten Und zack weg ist er Haha So Ach da ist er Hat ihn gerade nicht gesehen Und weg ist er So schnell kann es gehen Und da hinten läuft er wieder Pac-Man hat noch neun Leben Und er ist tot Er hat noch acht Leben Das kann man doch nicht machen Komm schon Beweg dich Was ist los mit dir? Bist du ein afkling Oder was ist los? Das wird mein Kill Was? Ich Gewalt Ruhig Spring nicht um Äh Irgendwie scheint das Gerade ziemlich langweilig zu sein Weil der sich nicht bewegt Doch jetzt bewegt er sich wieder Schön Stand gerade nur Blöd in der Gegend rum Ich glaub der will Ich glaub der will sterben Ich hab irgendwie so das Gefühl Dass der keinen Bock mehr Auf das Spiel hat Ja Der will sterben Was ist los mit dem? Ach Pac-Man Geh weg Gewaltruh Nein 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 Nicht Taylor Äh Irgendwie ist das langweilig Vielleicht könnte ich ja mal was schreiben Pac-Man Mach mal Richtig So Weil eigentlich ist es echt schon langweilig Und für die Aufnahme ist das schon ein klein bisschen langweilig Okay da hat ihn wohl Buchstäblich der Blitz aus den Socken gehauen Also Der Blitz Haut Leute aus den Socken Das ist natürlich so So 3 2 1 In der Lobby zurück Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit Haben wir noch ein bisschen Zeit Nicht mal da rein Okay das scheint voll zu sein Hier scheint es Hier ist es wirklich ziemlich leer gerade Mit Slash Hub kommt man dann wieder aus diesen Lobbys raus Aber irgendwie Da kann ich nicht drin joinen Hm Gibt es hier denn noch andere Ach drüben gibt es noch was anderes was man spielen kann Ah das kommt erst bald Was haben wir hier Da sind Leute drin Da kann ich ja nicht rein Ach das genau Das ist das was ich eben gespielt hatte Aber hier sollte mal jemand drin joinen Vielleicht warte ich nochmal die paar Minütchen Bis hier jemand joint Ähm Das ist auch noch 4 Minuten Vielleicht ist das dann wahrscheinlich Oder wahrscheinlich ist es für euch dann ein klein bisschen langweilig Aber Da müsste man dann wohl durch Wer übrigens wissen möchte Woher die Musik kommt Die stammt von KST Beats Das kann ich hier mal unten in die Beschreibung reinpacken Und Den Link müsstet ihr dann einfach kopieren Und oben in eure In eure Tippleiste Einfügen Weil ich bin nicht gerade gut im Sachen verlinken Also ich weiß nicht wie es geht Und deswegen Ja Ähm So ganz kurz T Slash Hub Ähm Ja was haben wir denn da Ah ja Okay Aha Mhm Ja Äh Shadow W So Leute Aber ich glaube Da ich jetzt eh nichts mehr zustande kriege Beende ich hier den Part Und wahrscheinlich mache ich jetzt hier auch noch ein paar Parts weiter Könnte ja eigentlich ganz lustig sein Oder Ich überlege es mir noch Ähm Ja Okay Dann bin ich raus Bis zum nächsten Bis zu einem nächsten Video von mir Und Tschüss